hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ich weiß das ist jetzt weird und so aber ja ich sehe anders aus und das wollte ich euch mitteilen so weil ich gut bin ja also ich hab jetzt ein piercing und ein hundi hallo ich hab ein hundi ich krieg ein regen richtig cool und ja wir genießen zurzeit das gute wetter aber demnächst ich plane zurzeit dinge für youtube so weil ich hab zurzeit los was zu machen wir hatten schon also schatz sind zugeber projekt angefangen und aber das wollten wir erst zu ende machen aufnehmen damit so regelmäßig kommen kann aber ich werde nicht irgendwie ich werde nämlich irgendwie auch noch so andere sachen machen so einzelne sachen ich habe bock auf sims und ja sonst könnte ich wahrscheinlich auch so noch irgendwie les plays machen und ich komme immer näher creepy ja ja tschüss